Details aus kein Clan. Wir setzen einmal direkt die Spellgruppe an den Gegner vereinslos. Wir untersuchen jetzt einmal, ob das eventuell in einer längeren Verletzungsperiode liegt oder aber an mangelnder Leistung. Das, ähm, haben wir jetzt einfach mal übersehen. Das ist so ein Fehler in der Matrix gewesen. Wir machen das Ganze einmal so. Ich setze hier ja keinen und setze jetzt den Giant rein. Wir können davon aus, jetzt ja hoffentlich... Ja, ich wusste es, ich wusste, du machst es, das ist süß. Einmal den Freeze rein, zack, ganz entspannt, genau. Der Freeze kommt genau da rein, wo er gebraucht wird, nämlich auf das meganische Minion. Und nun seppt der Gegner das Ganze. Dieser Sepp jedoch wird augenscheinlich nicht viel bringen. Und Sense Firefield hat ihm auch direkt selber den Garaus gemacht. Und die liebe Details scheint gameplaytechnisch nicht so detailverliebt zu sein, denn es scheitert schon in den gröbsten Ansätzen.